Kaffee Igel Natürlich ist es gar kein Kaffee, kann gar nicht ein solches sein, da es in Russland liegt und hier so etwas gar nicht existiert, wenigstens nicht für die Proletarier. Es ist die Erfindung eines Lanzers für einen Geselligkeitsort, an dem wir uns nach Dienstschluss einstellig ein bei heimatlichen Liedern und Erzählungen gaben. Es ist ein Lanzer-Kaffee von Tabakduft und russischen Tees, der den selbst geschnitzten Pfeifen der alten Kämpfer oder den mit Isolierband zusammengehaltenen Luxuspfeifen des neu zur Truppe gekommenen Ersatzes entströmt. Hier wurde dann manches Erlebnis dieses Krieges noch einmal durchgekaut, nichts verschwiegen, nichts hinzugefügt, wie der Staatsanwalt sagen würde. Es war also ein Geselligkeitsraum, wo KDF-Abende einiger Packgeschützbedienungen abgehalten wurden, aber noch eine Eigenart zeichnete dieses Kaffee aus. Der findige Melder hätte es vergeblich gesucht, denn kein taktisches Zeichen verriet das Geheimnis dieses Ortes. Selbst Eingeweihte mussten zwar nicht gerade einen dornenvollen Weg gehen, aber dafür endeten doch alle beim ersten Versuch am Hinterteil eines Rindviehs, das wie ein tressenbehafteter Portier den Eingang tarnte. Und das kam so, dass auch ich bei meinem ersten Fähr- oder Besuch in dieser Sackgasse endete. Ich hielt mich genau an die ausgegebene Geländebeschreibung, als ich im Dunkeln, Kaffee Igel ist infolge der erst abends beginnenden Freizeit des Lanzers ein Nachtlokal, erwartungsvoll und neugierig durch Russlands Morast stapfte. Wie gesagt, auch ich landete natürlich am besagten Hinterteil oben genannten Wiederkäuers, unschlüssig, ob ich dem zwar schuldlosen, aber mit einer rindsmäßigen Beharrlichkeit den wegsperrenden Portier nicht mit meinem kampferprobten Stiefel eins versetzen sollte. Doch ich dachte, vielleicht kannst du hier morgen noch ein Kochgeschirr voll Moloko-Milch erben. Und sauer sollte sie dann auch nicht sein. Mit diesem Gedanken zog ich mich dann tröstend in die Dunkelheit und Morast zurück. Die anderen behaupteten zwar später, ein Rindvieh blieb seltener allein, aber die sprachen nur aus Erfahrung, denn sie hatten vorher die gleiche Bekanntschaft mit dem Rindvieh gemacht. Am nächsten Abend startete ich also erneut, fest entschlossen, wenn nicht gerade über Leichen, so aber doch wenigstens um das Rindvieh herumzukommen. Das schaffte ich auch soweit mühelos und landete gerade an einem türähnlichen Brett, das undefinierbare Stück Eisensuchend, mit dem man in Deutschland eine Türklinke bezeichnete. In Russland gibt es so etwas natürlich nicht. Dort bestehen diese aus einer Art Verschluss, wie man sie wohl im Bronzezeitalter einmal gebraucht hat. Ich nestle also an diesem Sesam öffne dich herum, ohne dass ich allerdings die Pforte öffnete. Dafür fiel mir von irgendwo ein Brikett auf den Kopf, das mir die innere Gewissheit gab, ich sei auf dem richtigen Wege. Natürlich war dieses Brikett, russische Spezialausführung, Zusammensetzung, Lehm und Mist und Stroh, gestampft durch kräftige Frauenbeine, Patent, Stalin, Nachahmung, wenig empfohlen. Als praktischer Lanzer nahm ich diese Brand- und Stinkbombe gleich mit, denn Zentralheizung erwartete ich sowieso nicht. Nun trat ich also ein. Die verstärkte Hauskapelle, Quetschkommode, Mundharmoniker, Mandoline und Lanzerchor, Stärke 1 zu 6, stimmte das Lied an, horch, was kommt von draußen rein. Ich sagte darauf schlagfertig, sofort fertig machen, in einer halben Stunde alles marschbereit zur Ablösung. Kurze Pause, verdutzte Gesichter, Stimme aus dem Hintergrund, 1 zu 1 für dich. Und wir waren uns wieder alle einig. Nun sah ich mich näher um. Schilder, nichts wie Schilder. An jeder Sitzgelegenheit, Vorsicht, Wanzen, Flöhe, Läuse. Unterschrift, der Verwalter. In einer Ecke saß sogar ein Gehilfe dieses Verwalters, bei der Bilanz im Scheine einer Patentlampe. Sondereinfertigung, Sowjetparadies, bestehend aus Wasserglas, gefüllt mit Benzin und Salz, durch selbstgefertigten Blechdeckel mit herausragendem Docht verschlossen. Leuchtkraft gering, Ruß und Gestankwirkung enorm. Er zählt also gerade 22 und ein Pärchen ist gleich 24. Es war ein gewöhnlicher Tagesdurchschnitt. Rekord stand auf 96. Inzwischen von einer anderen Einheit bereits stark verbessert. Über ihm wieder ein Schild. Zählt schneller Genosse, auf deinem Platz wartet der nächste. Dieser macht sich dann auch noch meistens durch lautes Kratzen und Fluchen schon bemerkbar. Weiter wanderte mein Auge zum nächsten Schild. Achtung, Kippen hier einwerfen. Mein neugieriger Blick in den darunter hängenden Behälter gewahrte staunend eine Tabakmenge für mindestens drei ganze Zigaretten. Lanzerhandarbeit. Oh, Dunalitsch, dachte ich, so ein Luxus und dies mitten im Arbeiterparadies, mich schaudernd abwendend. Übrigens sah sich die Geschäftsleitung gezwungen, diesen dunklen Punkt auszumerzen, als sie die entsprechende Raucherkarten erhielt. Die gekurbelten, also selbst gedrehten Zigaretten, Lanzerhandarbeit, werden aber trotzdem weitergeführt, wenn auch nicht aus Kippen, so aus Beutetabak, also wesentliche Qualitätssteigerung. Nun stimmte die Hauskapelle ein neues Lied an. Glücklich ist, wer vergisst. Als sie an die Stelle kamen, was nicht zu ändern ist, bis dem Bilanzbuchhalter der Fachschaft Läuse ein scheinbar nicht rassenreiner floh unvermutet ins Hinterteil. Bei der plötzlichen Abwehrbewegung fiel die Patentlampe um, das Licht verloschte, die Kapelle stimmte zwar keinen schmachtenden Tango an, setzte aber laut und vernehmbar aus. Vollständige Verdunkelung, aber kein Fliegeralarm. Nach kurzem Durcheinander flammte eine Notbeleuchtung auf. Die Tür öffnete sich, ein Melder erschien, drittes und viertes Geschütz fertig machen zum Kartoffelschellen, der Verpflegungswagen ist eben angekommen. Ich rief, Ober, Zahlen! Wir sangen das unterbrochene Lied zu Ende, denn Soldaten sind Soldaten. Als mich am anderen Morgen der Weg wieder am Café vorbeiführte, wegen Renovierung, frübergehend geschlossen, Wiedereröffnung, unter alter Leitung, heute Abend, dunkler Abendanzug oder Uniform, Bedingung. Café Igel besteht und wenn der ganze Schnee verbrennt. Gefreiter Hans Daum Untertitelung des ZDF für funk, 2017